eine drohe und pauschel umgehen wir spielen wunderbar und in die Flussbiet wir haben gedacht das haben wir extrem lange nicht mehr gespielt ja hier eher nicht nur noch mal nach dem Tod der Landestriebe zu haben es mal so rum das war ja nie glücklich war wir werden mal eine Runde nicht für sie mal gucken ob es ankommt oder nicht bei uns kommt doch nie was an ja ich weiß weil wir ja immer unter der Künftelinie sind der eine mehr als der andere ja alles klar läuft ja alter weißt du was ich mitgekriegt hab meine Tastatur hat eine dreifach beleuchtung ok die kann rot leuchten die kann lila leuchten und blau leuchten oder im wechsel oder im wechsel hintereinander weg alles klar läuft also hast du die hast du das Risiko epileptiken zu kriegen wenn du vor deiner Tastatur sitzt ja sich läuft geile dumme dafür kriegst nike für das letzte muss ein ausgebend kriegst du bis gleich direkt hinterher schnell herr alles passt schon um ja ich schaff hol dir mal dein Vierchen genau nicht don't drink or drive außer hängst von der Playstation das gleiche also Leute denkt dran nicht trinken während der Fahrt so dann werden wir mal gucken hier vielleicht guckt ja mein Sohnemann wieder mal rein wer weiß wer weiß ja ja mal gucken falls ja doch mal irgendjemand reinguckt oder wie auch immer wir werden auch mal dem zufolge beim cyber reingucken wir werden dann mal ein fettes das leicht da lassen jawoll ja ja warum sollte man auch logisch machen so ich glaub das haben gehört jo und ich grüße meine Zuschauer willkommen das war gerade ich weil ich hab immer alter voll fett ey okay danke dafür ja ich hab dir mal ich hab dir mindestens zwei Likes ab ich like mich nie selbst Eigenlob stinkt Eigenlike stinkt oh mein du alte Scheiße schickst du die Einladung oder was machen wir hab ich doch schon ich grüße meinen zweiten Zuschauer herzlich willkommen hast du mir schon eine Einladung geschickt oder was ja 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 da müssen wir gerade mal gucken da ist doch wie kann ich mir jetzt hier einen Mietwagen nehmen ich hab das doch schon mal gemacht ey du kannst warte mal du bist wenn du reingehst hast du da unten deine drei Autos ja da gehst du drauf auf jedes einzelne und da kannst du mir dann alleine oder da kannst du dir ist der Leihwagen drin im Endeffekt ah ok welches Schwein soll es denn sein Freunde Mclaren ein Lamborghini ein Audi ein Chevro ein Chevro jetzt eh sagen wir ach komm ich ich geh gleich auf dicke Hose alter ich nehm die Mclaren ja mach doch mach ich doch auch so da wollte ich noch mal ganz kurz ups so meine Autos seht ihr ja ach schade da werden die Autos beibehalten so ich trinke noch mal groß alter ich hab ey weißt du was ich vor uns vergessen hab nein ich hab den ganzen Tag dran gedacht alle ich bin aus der Firma raus was hab ich vergessen Maracuja sagt so selber schuld Mann ich wollte eigentlich ich wollte mir ja eigentlich mal selbst mischen 360 Maracuja mein es kommt besser ist günst's schon ja keine große Kunst für der Heim ist günst's schon was hast du für ne Kiste für Drift alter trink mal Wodka O ich Lamborghini war mir klar die grüne Mist Aragon Coop das ist logisch das ist logisch und für den für den Race hab ich auch ein Lamborghini aber den Morinaco okay okay aber hier community erstmal mit mir nochmal bei der netten freundlichen Dame die mich heute abonniert bedenken ja neues Abo und den dafür getan für den für den Offroad hab ich einen Leihwagen den G 63 aber das sind Leihwagen also ich hab den das einzigste was ich jetzt nicht als Leihwagen drin hab ist der Lambo meine so viel Kohle hab schon nicht ja gut ja gut okay ich hab 881.000 oder egal dann muss es ja nicht direkt wie an die große Glocke hängen so alter Bausch ist da was machen wir mal ja wohl ja dann hau irgendwas rein da geht ja sowieso von ganz alleine ja hier Speedlist oder Ranglisten Speedlist und Statistik anzeigen ähm nicht klar wir fahren wir fahren jetzt die Rennen Statistik anzeigen passt schon Rennstatistik will zu fahren ja natürlich na dann auf auf rennen wir in die Scheiße bist du bekloppt Statistiken anzeigen was denn bei dir verkehrt ja also ab in die was Kassau spielt Speedlist scheiße ging da auswählen ja möchte ich halt blöd geladen hier jedes Mal ja du fängst daran du hast zwei der was los alle aqua ich hab das letzte mal gespielt als ich das gestreamt habe ja genau ist ein paar monatelange ist er ein paar monatelange ja aber es hat sich gelohnt bei mir dazu mal also bei mir hat es gelohnt gehabt das hat sich generell gelohnt das Spiel ach so ich bedanke mich sowieso bei allen Leuten die es geliked haben und für die ganzen aufrufe die da waren echt ich geb keine aus auch wenn ich der letzte bin also ich muss immer nur eins zwei eins zwei oder drei abonnenten habe ich ja logisch auch gewonnen bei denen bedanke ich mich auch nochmal ja ich könnte mal reinschauen genau ach Mario die kann schauen eh nicht rein bei den drei fakers account die ich ja für extra für dich schlägt du bist ein Arschloch steht zu diensten 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 ja LMP was ist mit ihm keine Ahnung also keine Ahnung also der ist arbeiten oder lässt sich arbeiten beim rumspielen keine Ahnung es war ja wieder klar dass das jetzt kommt ja ich habe hier so einen grünen klaren giftigen ich muss mal wieder gucken hier ah Bausch ich fahr dir mal hinten rein Alter ich glaub das ist die Driftkarre kann das sein? nein das ist die Rennstrecke für die Rennstrecke für die Raze fürs Raze hab ich den hab ich den wegladen ja ich kann mich ja nur blamieren heute hier ha 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 ah jawoll läuft da bist du schon mal bereit ne ähm ja höh höh ich hab ewig kein Raze-Game-Mail das schmeckt bei dir ach das dauert zwei drei Wunden hast du rein gefunden wer ist denn hier nicht bereit? ich hab doch eben bereit gedrückt ah ich hab gedrückt ich hab dann nochmal gedrückt haha dann war ich wieder nicht bereit ey ich hab schon wieder so einen Arschbunser der hier anzauern jemanden anhauen will ach geht los Offroad Sprintrennen ja willkommen beim ich blamier mich mal auf die bis auf die Knochen Fell also Offroad 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 bis jetzt andere Netze wirklich die haben aber jetzt auch neue Dings reingebracht das ist geil gar nicht viel zu sagen also im Karrieremodus haben wir jetzt ähm Alfa jo erstmal voll in Busch passt raus und komm trotzdem in den Berg wieder hoch die Baller die hier dauert einen rein ne und Tag und TAC ups ich bin irgendwie die Offroad das alle der gruppe die überhaupt was macht alter jahren balämisch neben rein was geht bei den jahren ich bin auch nicht gerade jetzt hier der hiefer renner ich habe es gespielt hat ja wenn er kam im borsche schmaler kann es sein dass die herren alle bessere autos haben könnte ja also der hand Der Porsche reist jetzt auch nicht unbedingt alles aus dem Busch raus da. Nein, glücklich, glücklich. Zum Glück sind die alle schon über einen Kilometer weg von mir. Ich hatte schon Angst, dass sie stehen zu nahe kommen. Ja, das ist über 50 Kilometer weg. Was war das jetzt? Ich hab der Platz, okay, ich bin gerade gebeamt worden. Läuft nicht. Alter Vater, aber das ist schlecht. Ja, ich hab sechs Punkte. Na ja, kaum was als. Jetzt wollen die alle driften, Alter. Ah, driften wir halt mal ein bisschen. Hm, driften ist gut. Weiß ich noch nicht so. Könnte passieren, dass ich da eine erste eventuell mache. Aber beim driften ist es schon, wenn du das einmal drauf hast. Ja, dazu müsstest du aber auch mal regelmäßig spielen. So wie ich immer von einem spielen ins andere höre. So ein kleinen, drecklichen Hirn, Alter. Ja. Alter, jawoll. Erstmal schön neben rein geballert worden. Ist klar. Nein. 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 Oh, da war ein Krach. grippen. Das ist nicht klar. Das ist nicht klar, weil ich mich in einem Fall ausmöglich siamo, ich bin jetzt noch ein paar Jahre auf den Kopf. Fall, dass sie sich in einem Fall rauskriegt, also es ist nicht wahrscheinlich geworden. Ich danke, es ist nicht schlecht, es ist eine große Runde, weil ich das mal in einer Posten machen. Ahern, das ist nicht nur eine Sony, die andere Stöße zu schießen. Nein, Alter! Und jetzt? Ah ja, ich habe richtig geiles Glück gehabt, Alter. Komm irgendwie wieder Kameraföhungen dazu ganz klar, das stimmt. Alter, engst du einen Bastard, so irgendwie. Boah! Was dann? Ah, jetzt sei doch alles klar. Ups, wir haben fest Out. Wenn du es einmal drin hast. Oh, da war was im Weg. Oh, da war was im Weg. Ich fahre gerade eine Bullshit zusammen. Ihr seid schon alle im Ziel, oder? Nein, ich bin nicht im Ziel. Ach, der Platz, Jo. Das stimmt. Naja, komm, dann tausch mal ab und zu mal die Plätze. Oh, Mann. Ich muss echt wieder messen. PS4 zockig. Nur PS4. Ich nicht. Nein, ich habe hier... Ich weiß. Wie heißt es jetzt? Jima, Jima. Jima. Ich habe hier drin, oder? Ich sage, das wird nichts. 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 Du kannst ja mehrmals drücken auf Dings, ja? Ich weiß. Ich habe ja irgendwie einen Bekloppt, der auf Sprint gesetzt, alter. Du bist ein Arschloch. Du bist ein Arschloch. Nein! Ich war doch gar nicht so weit ab. Dann ging auch Nitro, wie war das hier nochmal mit dem Nitro? Ich, ich, ich... Ich nutze das die ganze Zeit nicht, alter. Ich bin in der kleinen Drecksbastard, alter. Die ganze Zeit nutze ich die Scheiße nicht. Und ich nutze... Oh nein! Ich habe das Nitro nicht genutzt. Was geht denn bei mir verkehrt? Ah, der war nichts. Alte wieder acht Euro. Das gibt's nicht auch. Das sind nur Bekloppt unterwegs. Wir gehen mit zusammen. Ja. Das waren nicht nur bis zum Knowing. Den haben wir diecierge in der ganzen Beklopte in der faventeilags, und die anderen sind auch dabei, ne? Ja. So am Ende. Das ist mal so. أنst du den Bekloppt unterwegs. Alter, ich fahr die erste Rennen ohne Nitro, was ist bei mir verkehrt? Da brauchen wir uns schon nicht so wohnen, oder? Jetzt bin ich irgendwie besser dabei. Ja, weil du dich Nitro für mich gefunden hast. Ja. Ich habe Nitro für mich entdeckt. Er glaubt es kaum. Alter, ich... Es gibt sowas wie Bremsen. Es gibt sowas wie Bremsen. Was sagst du, ich kriegte? Nein. Ich habe nur wieder festgestellt, ich sollte auch mal öfters den Bremsknopf verwenden. Oh, 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 oh. Okay, wir haben ein Tempel, das ist ein Kurs. Fuck. Der hackt da durch, Alter, scheiße. Was denn? Ich war hinter dir, die ganze Zeit hinter dir. Ich glaube, dass ich das lange nicht mehr gespielt habe, ne? Und so alt bin ich. Und so alt bin ich. Und so schön, ich habe noch ein Gedriebe. Und so alt bin ich. Und so alt bin ich. Guten Abend, Sie wünschen. Ach, guck mal an. Ach, da gibt es ja noch einen. Der lebt noch. Ja, er lebt noch. Er lebt noch. Er lebt noch. Ja. Er lebt noch. Er lebt noch. Er lebt noch. Stürbt jetzt. Ey, die haben hier Karten, das habe ich ja geahnt, dass das so kommt. Ja, aber wenn du Punkte kriegst und Kohle kriegst, reicht's doch. Irgendwann kannst du dir auch die Kiste holen. Stimmt. Den einen hat es mal voll weggesämmelt eben. Den hat es gerade gesehen, ja. Ich muss mehr mit Bremser arbeiten. Was denn? Du fährst davon eine Krise zusammen. Ich weiß. Was, man spielt denn mit dem Fahrzeug, die man hat, du? Nein, du kannst Leihwagen nehmen. Ich kann Leihwagen nehmen. Okay. Würde ich auch dringend empfehlen. Oh, fuck. Scheiße. Ich habe schon einmal zwei Besonder. Ja. Hm, dritter. Das kann nicht gut gehen. Wo sind die an den beiden Angelottis? Mein Schirm. Ganz weit vorne. Willst du eine Runde mitmachen, R&P? Ja, klar. Wie wird es dauern? Ich verspüße es am Starten. Bei uns dauert es noch. Ah, fuck. Nein. Nein. Kleiner Drecksack, Alter. Warte, tut das. Ich? Nein. Ich habe mich gerade voll nebenrein gesetzt. Tut mir leid, russisch kann ich nicht. Alter, der Monat hat lange nicht mehr gespielt. Ich merke es gerade. Ich wusste nicht. Und ich grüße die nächsten Zuschauer. Auch die einherst willkommen hier bei, ja, die Chaoten vom Dienst. Und die anderen sind auch dabei. Jawohl. Jawohl. Servus. Ja, sechster Platz. Fünfter, jawohl. Ich habe es geschafft. Manche auf den siebten oder achten. Das sind die Einfachen, die wir glücklich machen. Ich hätte nicht nebenrein gedonnert, weil ich war da vorne gelandet. Du Arsch. Ja, es ist doch so. Ich habe vorliegend die Wurfe da verrafft. Boah, Alter. Alter. Wie viele Rennen sind das jedes Mal? Als letzter. Eins, fünf Stück. Fünf Stück. Mhm. Und was sagt uns das, Leute? Dann kannst du halt auswählen zwischen... Drift, Rund und was weiß ich. Oha. Was? Flugverbotszone, Rundkurs. Aber das siehst du auch schon diese Aktion. Alter, ich gehe schon voll auf Flugboot, Alter. Ich habe ja kaum was an die Tritt drin. Alter, jawohl. Wer ist denn das jetzt gewesen? Das war ich. Also bin ich hier jetzt reingefahren. Sorry, Fantasy Storm. Passiert. Alter. So was nennt man Crash. Boah. Ja, wenn du dann noch die Abkürzungen kennst, hast du natürlich bessere Chancen. Ist klar. Ihr könnt es nicht abkürzen. Doch. Was ich jetzt inzwischen gesehen habe. Wie geht das noch? Wie geht das noch? Wie geht das noch? Wie geht das noch? Ach, geh mir doch nirgends. Ach, Mist. Fuck off. Du kannst durch den Hangar abkürzen wohl. Da musst du auch die Leute treffen. Nee, die Formhanger. Formhanger. Hab ich manche auch. Ja, da musst du auch. Genau, wenn du durch den Hangar direkt voll schwärst, musst du aber voll treffen können. Ja. Sechster Platz. Nein, hast du keinen Schatz des Platzes so verdenkt. Ja, ja. Ey, ich fess auch noch ein paar Mal. Dazu, zum Thema LOL. Ja, LOL. Ey, ich stelle LOL. LOL, dir was? LOL, Lollipop, LOL, Lollipop. Don't drink and drive. Genau. Darauf trinken wir mal eins. Wow. Oh, ganze 17.000 Dollar. Aber Erfahrungsbuch, du riss da am Haufen. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich hab das schon lange nicht mehr. So, was machen wir jetzt? Äh, was machen wir? Lobby-Menü öffnen, würdest du mal sagen. Lobby öffnen und dann, äh... Ähm... Pausen-Menü und dann gehen wir mal raus, wegen unserem andern Meister her. Jawoll. Ist wirklich beenden. Ist wirklich beenden. Ja. Musch Baba Eilade hier, oder was? Ja. Ist der LMP denn auf Sendung, oder? Guckt er nicht, guckt er heute in die Röhre? Er ist jetzt auf Sendung. Oh, 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 oh. Und damit Hallo. Hallo. Ja, damit werden auch alle Leute bei LMP gegrüßt. Ach, und will ich davon nicht vergessen zu grüßen? Karamellkönig? Bist du's? Karamellkönig, du bist am meisten gegrüßt. Aber sowas von. Ach, dann musst du dich ja wieder einladen, ne? Muss ich mal den Lader machen. Ähm, was war das? Ah, ich kann hier nur einzeln, oder was? Das sollten wir mal überarbeiten. Das ist schmerzhaft. So, ihr lieben Freunde. LMP, like für dich, wie immer. Yeah. Du like geiler Ochse. Ich grüße meinen zweiten Zuschauer. Und ich danke fürs D-Abo, wer auch immer es war. Vielen Dank. Jawoll. Hey, Kimmerli. Hey, LMP ist da, jawoll. Heute. Ich bin gerade am überlegen, ob ich gerade noch mal ein anderes Auto kaufe. Ich habe 108.000. Damit kann ich mir noch nicht wirklich, glaube ich, was leisten. Doch, da gibt es schon ein paar. Ja, ne, ich spare noch ein bisschen und dann... Irgendwann schreibe ich dir. Ja, gut, dann auf. Ich bin gekommen. Hi, Kim. So, hast du dir ein paar Leihwagen gewählt unten? Nee, ich bin jetzt gerade dabei. Kim, sei mir gegrüßt. Dann mach mal da, du. Nehmen wir mal den da, mal gucken, wie der ist. Kimi, mach die Runde. Alles klar. Normalerweise sind uns die stehen... Okay. ...ein etwas auf Tunen. ...ein etwas auf Tunen. ...ein etwas auf Tunen und Ding. Vielleicht soll ich es mal mit meinem... Vielleicht soll ich es mal mit meinem... ...unds gute nächste Zuschauer. Hi, Kim. Deine gegrüßt. Deine gegrüßt. Also ist wieder alles doppelt gerade. Also ist wieder alles doppelt gerade hier. Ja, irgendwie schon. Danke. Aber von mir ist es nicht. Also. Hallo. Ja, hier. Jetzt hast du wieder. Irgendwas ist es schon. Der kleine Troll war wieder da, Leute. Das ist aber sehr lieb, Kim. Danke für das Like. Aber du kannst mir auch mal noch ein Abo dalassen. Ich glaube, du hast irgendwo keins bei mir gelassen. Du es nicht, du es nicht. Du es nicht. Das ist eine Abo dalassen. Ja, genau. Ich bin eine Abo dalassen. Ja. Hier komme ich schnell im Leibagen, Leute. Ich bleibe dabei erst mal. Das ist mir mein und dann hoch zu stunden. Ach, ich wüsste ja, wie es ist. Ja, wie sieht es aus? Seid ihr bereit? Ja, ich habe auch eine Leibagen. Ah, sehr schön. Braves Mädchen. Feines Mädchen. Habt ihr fein gemacht. Buh, Mario. Buh, Bauschi. Buh, Buh. Buh, Buh. Hörst du die Buhmischade aus? Hilfe mal, Kim, bitte. Dem kann man nicht mehr helfen, Kim. Glaub mir, ich sehe ihn jeden Tag auf der Arbeit. Ich weiß, ich gehöre zu den Taliban. Wel, Talibanos? Ah, konkret krass. Los Kassos. Wo sollen das mit uns so hinbekommen? Los Kassos, genau. Los Kassos. Jetzt ist mein ganzer Titel im Arsch, merke ich gerade. Warum? Ja, ich habe Olympia drin. Weil ja, ich auftauchte direkt. Ich habe mir eine drin. Was los hier? Kann man nachbewerben? Ja, kann es gut machen. Trotzdem, danke fürs Leid. Und jetzt zieh ich euch ab. Der muss natürlich wieder die Neudeutsche Welle hier ablassen. Gib Gas, ich will Spaß. Deh, deh. Deh, deh, deh. Gib Gas, ich will Spaß. Oh, wir sind zu drü- Hä? Bist du nicht dabei? Ne. Deh, deh, deh. Ah, jetzt bist du drin. Ich geh Gas, ich will Spaß. Deh, deh, deh. Oh, da ist ein Buschenweg. Und wir bremsen. Fahren rum. Crash, crash, crash. Ja, Leute. Crash Bandicoot. Ja, ich hätte da immer noch so eine Idee, was wir mal wirklich machen sollten. Was macht denn? Dieses Crash Bandicoot Speed Race. Irgendwann mal so. Jeder streamt. Ich will jetzt erstmal kaufen. Ja, das machen wir jetzt schon mal. Ich habe alle drei kleine da. Hallo, trinken die mal bereit, die anderen? Äh, der andere? Ja, keine Ahnung. Vielleicht war da noch was. Du sollst mein Auto nicht kaputt machen. Wo bist du denn? Ach, du Idiot, oder? Wo bist du? Wo bist du? Was macht ihr da oben? Ich bin, ich bin überhaupt nicht da, wo ihr seid. Nur mal so zur Info. Das ist LMP, du. Ah, es werden ja mehr mehr. Auf Rout. Auf Rout. Auf Rout. Fühlen, trennen. Da habe ich mal gespannt. Immer dran denken. Du kannst auch Nitro verwenden. Guten. Servus. Servus. Nitro ist erlaubt, oder wie war das? Ja. Lutz. Ey, Monster, du kleiner Wichser. Alter. Alter, tut er mich hier voll. Ja, schön, dass ich den Checkpoint verpasst habe, wegen dem Affe, ey. Ja, ich habe ihn auch verpasst. Ich auch. Hehehe. 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 Dann sind wir ja zu dritt. Alter, was ist hier los? Ja, ja, das ist auch groß. Keine Straße. Ja, ja, das ist auch großartig. Ja, trotzdem, ich werde da mal irgendwie rumgeballert, wie die andere Seite von Hamburg. Nichts mal hier in den Hügel. Nichts klar. Nee, du bist ja voll in den Trift reingegangen und da bin ich voll gegen nicht gekommen. Ja, ich habe aber nur getrittet, weil ich eine Reikbrift wie es oder so. Ich sauf nicht, ich äh... Ich sauf nicht, ich äh... Hey, mach ein bisschen mehr Kontenance, Jungs. Kontenance. Ja, der hat mich voll rausgeguckt. Ah, fuck. Also, es sind alles die Stimmen. Ich war schon mal zwei, der dann versau ich wieder, weil ich irgendwie was verbeile. Ey, alter, was ist los bei mir? Ein Drecksack, was er ist, alter, der Eil. Muss man einfach mal ganz tiefenentspannt sehen, wie es ist, oder? Bescheiden. Allee, ich bin voll im Busch. Ich halte mich in den Busch. Dritter Platz, kann man nicht schmeckern. Vierter. Augé. Ja. Weil, wo bist du? Fünfter. Was ist mit den anderen? Was ist mit den anderen los? Trophäe, halt. Big sister. Hallo, große Schwester. Komm, drift, alter. Ich kann nicht abstimmen. Sie sind doch im Stimmenhof, Drift! 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 Drifte, Alter! Drifte! Hallo! Alter, macht das gut, Alter! Du kleiner Drecksack, was du bist, Alter! Wer? Oh, du bist ja du! Was? Ihr schießt mir in die Seite, wo ich grad in den Frift rein bin! Du schießt mir in die Seite rein! Wir haben einen Frift ganz ohne was lassen! Das sagt genau der Richtige! Was willst du von dir jetzt? Was losbaue ich? Bleib! Ah, shit! Drift, Pepper! Nein! Verdammt! Fuck! Ah! Na komm schon! Nein! 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 Ich fahr das nächste Mal lieber hinten an, weil... ...spurt alles nur an die Bande gedrückt! Du kriegst aber hinten weniger Punkte! Der Multiplikator ist vorne höher! Ja! Was bringt mir den Multiplikator? Ja! Das scheiß Ding da höher, wenn die mich als gegen die Bande drücken! Scheiß nicht! Ich hab mich dadurch keine Punkte gekriegt! Von ist gut! ... ... ... ... Ah! Versaut! Letzter Instanz! Hä? Wie ist ich jetzt hier rausgekommen? Was ist los bei mir? Eieieieieiei! Zweiter Platz? Naja, fünfter. Letzter. 79.000 wirft. 119 hatte ich. Kann man damit angeben, wenn wir die 100.000 schon? Jaaa, kann man gut angeben. Ich hab die Geie! Erstmal voll irgendwo rauf. Keine Ahnung, ob die Strecke gut ist. Aufgeschissen. Nee, drauf gedrückt. Mehrfach. Alles, was man hatte. Drauf geballert. Mal gucken, wo ich jetzt lande, wenn ich ehrlich bin. Das Problem ist halt, du kriegst keine Erweiterungspunkte oder sonstiges. Ich weiß nicht, mein Auto ist. Ich weiß nicht, weil es nur der Leihwagen ist. Ist mir aber eigentlich relativ glatt. Es geht ja erstmal darum, Kohle zu machen. Dafür, dass es nur ein Leihwagen ist, stelle ich mich noch nicht mal so bescheuert an. Okay, jetzt stelle ich mich gerade extrem bescheuert an, aber ist okay. Timo! Wenn du gerne Analverkehr möchtest, such dir einen da vorne raus. Und lass mich bitte da raus aus dem Spiel. Alter! Meinst du den da? Ja, den hast du ja mal richtig weggebummst. Ich muss mehr auf der Spur bleiben, also letten wir in den Dreck rein donnern. Weil das kann ich auch ganz toll. Alter! Ich dachte, da kommt voll die Kurve und geht voll in die Eisen-Videos. Jawoll! Läuft bei mir, Jungs! Läuft! Es war nicht richtig, aber es läuft. Na komm! Wasser ist weggelebt! Boah! Bah, du mir noch mal hinten rein! Flipp! Eieiih? Sechster Platz, kann ich mit Leben, mein Gott. Vierter. Boah, hab ich da eben nochmal Glück gehabt, ey. Du Arsch hast mir einen hingegengeschleudert, ja. Hier, der gerade hinter mir ist, ne, auf dem fünften Platz. Ja, ja. Der hat mich eben genau kurz vorm Ende, hat er mich gedreht, aber ist nicht auf dem vierten gekommen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. So, so, geht ihr alle auf Sprint, ja. Kann nicht schaden. Ich glaube, Mario holt Drift. Drift? Ich bin auf Drift gegangen. Du kannst mehrfach Stimmen abgeben, das weißt du, ne? Ich weiß. Meist Ding nur drei Stimmen bekommen hat. Nee, Sprint, alter. Nicht deins, oder? Was will ich denn da sagen? Kleine Dreck, so gut, so gut, oder? Wieder die Scheiße, alter. Geht da mit Hüten raus. Wieder netz, da. Klasse. Bist du wohl dagegen gedonnert? Nein! Nein! Checkpoint, Checkpoint! Scheiße. Ja. Boah, nein, 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 nein! Boah! Weil der voll daneben gehübt. Ey, das ist ein Sprint und dann fährst du hier auf Dreck mit den Dingern. Ja. Ja. Oh, ich hab die Mülltonne erwischt. Oder so. Die Straße ist nicht breit genug für mich, also ich streff andauernd irgendwie die Graben. Was? Oh, fuck! Und wieder die Hüte voran. Also irgendwie, das ist nicht mein Dreck. Definitiv. So oft kann ich hier irgendwas wegräumen. Das war nicht fair von dir. Lass nur, lass nur. Lass nur, lass nur. Lass nur, lass nur. Das ist, das ist. Rauschen fährt gut vorne weg. Aye, Warren. Alter, was ist das denn geworden, wenn du da bist? Boah, ich hab's gefühlt, grad ich komme mit der Kiste überhaupt nicht vom Fleck, ey. Ich fäng hier so hinterher, Alter. Boah, du hast ein kleiner Dreckscher, was du bist, Alter. Ich bin genau in der Mitte. Okay, ich bin runtergefallen. Ein guter Sechster. Ich fall runter und werde Sechster? Was darf ich jetzt? Ja, ich weiß. Ja, ich weiß, geliehene Wagen können nicht aufgeliefert werden. Äh, aufgelevelt werden. Hm. Nein. Ach, was soll's. Offroad. Ja, so im Großen und Ganzen kann man's eigentlich lassen, oder? Dafür, dass man keine selbst hochgezüchteten eigenen Superkarren hat. Ja. Mindest 72. Ich hätte ja mein... Ich hätte ja mein Dings nehmen können, mein... Skyliner, aber der fährt nur 300. Ja, ich war... Ich hab mir hier ganz andere Kästen, die sind ja dermaßen Wettze stehen. Bist klar, du... Pfeifer. Leck mich doch am Arsch. Ich bin schon dabei, Mensch. Wenn ihr nichts mit eurem Bullshit davon zu tun haben. Alter, ich blifft hier gerade eine dermaßen Scheiße zusammen. Wow. Ich will mir vor, wenn ich einen Checkpoint erwische und nicht dran vorbeizutun. Rutsch, Alter. Ihr spieltet nur noch GTA. Mein Kollege ist der Tom. Ich soll mal ein bisschen leiser machen, Alter. Ja, schön dran am Checkpoint vorbei. Ey, ich könnte so abkotzen gerade. Ja, hab ich nicht vorbeigeschubst. Entschuldigung. Ey, dieses Assigehabe mit diesem Scheiß. Schubsen mal vorbei. Das war nicht mit Absicht. Nein, du machst sowas nicht mit Absicht. Du fährst auch unbeabsichtigt. Ich hab eigentlich mal gesehen, dass du das warst. Du fährst auch unbeabsichtigt im Dunkeln mit dem Stapler ohne Licht. Ja, wirklich. Ja, jetzt bin ich gerade hier in dieser... Oh, Alter. Ich stehe dir ernst. Kennst du das? Oh, Alter. Ich stehe dir ernst. Grüße die nächsten Zuschauer. Ich wünsche euch einen herzlichen Willkommen. Alter. Du fährst zu scheiße. Also ich glaube, wenn ich... Alter. Ich fahr hier auch wirklich quer über den Acker. Nicht über die offizielle Fiste. Ich selber schuld. Ich auch. Ich bin schon froh, wenn ich ins Ziel komme. Ich nehme irgendwelche Wege. Ich glaube, das sind doch nicht mal Wege. Ja, das sieht sich genauso an bei mir. Alter, da kommen wir auch nicht vom Fleck. Das kommt mir vor, als wenn das Auto festgeklebt ist. Kennen Sie das nicht? Ich steige morgen die Autos ein. Und sie kommen nicht vom Fleck. Reifenklebe. Sechster Platz. Ah, ja, gut. Siebter. Ja, was willst du machen? Also, ich habe Schlusslicht gemacht. Ne, meh. Ich stelle dir vor, du wärst Achter geworden. Bei sechs anderen Teilnehmern. Ja, dritter im Gesamten. Tödlicher Erstschlag. Ja, so tödlich war der jetzt auch nett, ne? 26.000, ist okay. 19.000. 34.000. Ja, Leute, mal ganz kurz. Ich mache mal eine Pause und dann machen wir weiter, oder? Ja, hier da drin oder gehen wir raus? Wollen wir gegen andere? Ich würde sagen, ja, oder? Dann gehen wir raus, ja. Außenminü, ne? So. Was sind das andere? Da gibt es ja noch ein anderes Rennen. Wertungsrennen. Da hast du überhaupt keine Chance, oder? Weiß ich noch. Wollen wir es riskieren. Was machst du? Wo musst du stärker hochgehen? Bleibst du jetzt zwei Minuten draußen, oder was? Ja, warum? Ey, auf Option. Auf Option und dann gehst du auf Kreis. Gut, habs, habs, habs. Ja, jungs. Ja, jungs. Dann gehe ich jetzt mal, dann gehe ich jetzt mal ganz kurz in die, äh... PP? In die Kampagne. Ein anderes Auto holen. Nochmal, anderes Auto holen. Ja, wie gesagt, ich will erstmal auch nicht kurz zusammenkriegen, bevor ich mir dann... Alles gut, alles gut, alles gut. Nee, da wisch ich ein Ranglistenspeed. Äh, Ranglistenspeedlist. Ranglistenspeedlist. Das sehen die in Ernst. Ranglistenspeedlist. Also eine Ranglistenspeedliste. Ja. Wer bei E.L. kifft? Naja, machen wir noch ein bisschen Casalspeedlist, wa? Wird man da noch was hinkriechen. Was hab ich eigentlich hier? Ist der unter Umständen... So, erstmal kurz in die Kampagne. Ich nehm einen Leihwagen und hab einen besseren zum Driften. Was ist denn bei mir verkehrt? Alles. Äh, Offroad meinst. Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, ich bin gleich da. Mach du mal dein Ding und dann machen wir weiter, ne? Ja. Das ist Drift. Ja, noch die Einladung rausschicken. Äh? Uhu, so rein hier. Äh, Millie Cooper. Sind die anderen Fahrzeuge eigentlich nur mal? Hä? Ja, Fahrzeuge. Wie, Fahrzeuge? Ja, von meiner Garage. In deiner Garage sind die, die sind da drin, in der Liste. Ich suche mal nicht sonst geilen, da ist hier nichts. Ja, der... Ich hab' eins, zwei, drei, vier, fünf Autos in der Garage. Dürfte aber noch mal nicht sein. Dabei hatte ich viel mehr. Ich hab' eins, zwei, drei, vier, 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 vier. Die sind in der Nähe. Ach, du scheiß alle ohne Stelle, ey. Lagerbestund. Oh, ein M5 für Offroad. Ah, hier ist die Session. So, jetzt wir schnucheln mal die Darage. Ich muss noch schnell was gucken, dann nehme ich die Drohne aus Einladung an. Scheiße, da bin ich jetzt so weit weg davon, oder was? Kann ich ja nicht so hinswitchen. Doch, kann ich. Okay. Okay. Haha, das muss ich jetzt mal das Freifahren. So Freunde, seid ihr dabei? Was los? Bin ich gleich da. Ach, wie tut ihr euch mal die Autos wieder aufrüsten? Sehe ich das richtig? Nee, ich hab was geguckt. Wegen meinem Guyline. Guyline? Hab ich total vergessen. Ja, dass ich als Wasser ist, der ist aber als Crack bei mir drin. Okay. Und da wollte ich noch schnell den Querschnitt einstellen für vorne, wenn ich mit dem Offen rumfahre, dass ich auch die Kurven driften kann. Weil das sonst liegt da hart wie ein Brett und das übel scheiße, dann lässt er sich kaum lenken. Du stehst da auf Bretter, Alter, was ist los bei dir? Boom Bitch. Bauschi? Ja, ich bin hier. Warum? Bist du? Wagen so bewertet. So, Offroad nehme ich jetzt meinen eigenen Wagen, der fasst genauso schnell wie die anderen. Der hat davon mehr Nitro-Kapazität. Grüß den nächsten Zuschauer. Ja, Ballerein. Was hat man im Prinzip? Ja, da kann man mit leben. Da muss ich jetzt noch am rumschrauben. Ich bin gleich da. Ja, ja. Das sagt er seit 20 Minuten. Alles gut. Hört die Fassung. Nein! Nein! Ich werde mein Maul nicht halten. Das weißt du. Ja, scheiße. Scheiße. Außer Offroad nur Leihwagen. Außer Spesen nichts gewesen oder das? Ja. Bei mir auch. Außer Offroad nur geliebt. Gelahnt. Ja. Ich hab's ja aber eben nicht mehr gespielt. Davon ab. Du musst mal gucken. Das ich mal wieder öfter so und dann kann ich mir auch was schönes leisten. Dann kann ich mir auch was gönnen. Ja. Den muss ich jetzt dann erst mal jetzt. So, warte Einladung annehmen. Ich sag nicht, du hast auch den Subaru. Was ich? Ich hab keinen Subaru. Zum Friften hier LMP. Für Offroad? Ja. Und jetzt bei 90 Stärke. Ja. 248. Was? 248? Ja. 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 Meine. Meine Stärke vom Auto. Ja. Ja. Ich hab noch ein bisschen Offroad. Weil ich will mal gucken, wie im Offroad abgehen mit dem Ding. Wahrscheinlich genauso beschissen wie mich. Alter, was ist denn hier los? Wieso ist denn der noch nicht umlackiert hier drin? Willst du jetzt nochmal oder was? Nein. Ah, da ist er. Warte? Jetzt hab ich schon gestartet. Ja, alles gut. Ich seh's. Dass du gestartet hast. Ha. Hab ich das jetzt versaut, ne? Nö. Ach ja, jetzt seh's. Ich werd schon wieder weinen. Ha. 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 Ist das jetzt mit Lischen aus weinen und lachen oder was denn bei dir verkehrt, Alter? Ha. 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 ein Quatsch dann geht es an der ersten Jahr und ich muss noch stehen bei L&B womit sie diese Farbe ich hätte schon gern auch nicht die Möglichkeit einer die Diener sind schon geil und Bausch muss wieder aus der Reihe tanzen Guckersmann vor allem mit einem Schwedisch wenn sie ich habe keinen lange hast du morgen Schule ohne ach der ist ja weiblich Bausch ist ein Weib was war das? L&B was war das? das ist die wie heißt die Druller ist doch egal Bausch hat Titten das reicht doch schon oder wir beide sind schwarz L&B drückt doch mal bereit du Idiot also so nicht mein Freund so nicht so lange der Boom Crack da nicht was macht wie lange hast du wie lange hast du morgen Schule ohne wo es geht schon los Offroad na gleich passende Auto in dem Arsch oder? mhm ihr seid sowieso weg weil da hab ich mir keine Chance weil die hat noch gar nichts kein Nitro gar nichts ja gut meine ich jetzt auch nicht der Hübeke da kann man schon kann man lassen kann man lassen die Nitro geht bei mir halbwegs ab hui hey Bausch die fahr mal am Platz zurück wirklich ich habe ja kein Nitro gar nichts den Tarre ist japic us alter bisschen Nitro spaß und gib ihm Juhuuu Speegy rifo juhuu Murlich juhuu 있으 JuhuuK k Vale Ver Commission sondern pex million Kad чувств Ja, die züchten. Die kannst du ja noch hochzüchten. Oh nein, Idiot, nein. Voll daneben. Ja, ja. Die kannst du doch noch hochzüchten. Ebenso bin ich nach vorne getwischt worden. Ich weiß, dass ich die noch hochzüchten kann. Das werde ich wohl oder übel auch noch tun. Ich weiß halt, dass ich nicht noch was anderes könnte. Boah, fuck. Äh, du wirst auf jeden Fall noch anderes und besseres finden. Ja, Logo. Bobby, seine eine Karre, die hat 300 PS Standard. Du gemeint, äh, 300 PS, sag ich. 300 kmh Standard. Und als Skyline, der hat 299 aufgemotzt. Ja, wie gesagt, ich hab ja monatelang auch nicht mehr gespielt, ne? Dürfen wir auch nicht mehr gerne. Hä? Da hinten geht's weiter. Okay. Bausch, was hab ich dir zu deinem Platz gesagt? Oh, netter Flug. Bitch. Mit dem zweiten zum Startgang schlägt. Ja, das geht ja. 2 Stunden ist ja okay. Okay. Wie lange habt ihr das? In 1 oder 2 Wochen. Einbauen. Ja. Verkaufen. Verkaufen. Bringt mir nix. Das macht's auch so schlechter. Obwohl's besser wäre. Aber Drift hätte schon auf das Auto reinsetzen sollen. Scheiße. Ja. Äh. Fuck. Naja, egal. Du musst du eh nehmen, wie es kommen soll. Wie war das? Drift. Ja. Kannst du nicht schlafen, Runde? Oder was ist los? Ich geh jetzt mal von außen. Hör nicht. Alter, fahr doch. Doch. Was fährst du denn jetzt daneben runter, du Affe, ey? Ach, Alter. Du fährst ja nicht los, der Vollmongo und dann so ne Scheiße jedes Mal. Toll. Das läuft ja mal grad gar nicht. Ja, super. Aber was machen das jetzt für nen Scheiß, äh, Point, wo ich da wieder gezwitscht bin. Ja. Aber Hannes wegen losfahren, ne? Hm. Ich, äh, stand eben auch am, äh, Stab und von keinem, Hans hat Gas gegeben, aber wer ist denn gefahren bei mir? Ja, keine Ahnung, da kann ich nichts zu sagen. Äh, das haben sie nicht. Ich hab dich nicht gerammt. Ah, fuck. Das war jetzt, die Runde geht, die Runde ist für'n Arsch bei mir. Die Runde ist richtig für die Wiese. ich komme jetzt mal über die 60.000 das ist ja nicht egal nur sein ja nicht nur ich hab am Anfang so einen miesen Scheiß erlebt bei dem Ganzen Nein voll abgestürzt ey Scheiße ja doch, das ist schon knapp immerhin Alter, der andere am vorne geht gut ab Mist Und wenns am Anfang so so geschissen losgeht, dann weißt genau, dass die ganze Runde liegt wird und ich grüße den nächsten Fußball dann hättest du kommen hier zu uns naja vierter Platz ich kann mit leben naja sechste und fast die dreifache Punktzahl wie lange haben die jetzt für einen Homie? eine oder zwei Wochen? wo wo, ah? wo Schule? morgen? Zeugnisse? äh äh dann gibt's noch keine Ferien richtig doch die haben wir doch die haben wir glaube ich jetzt werden ne nein ne hab du noch keine Ferien na gut Müsste ja doch wieder in die Schule so eine Scheiße aber Quentin schläft geht's dem vielleicht bei der in der Schule passt da was? ah? yes sir naja jetzt sind hier ganz andere Kaliber dabei zum Beispiel der Beer King oder einer der mich einfach mal zur Seite schubst ah mir elend auch danke Homie alles gut machen wir jetzt hier Team Karambolage oder was? was hast denn du gedacht? bei dir verkehrt hast du gedacht hier läuft's jetzt ganz normal ab oder was? ne 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 so nett ne ich hab gedacht wir rammen als Team alle erstmal weg und dann streiten wir unter uns drei wer erster geht aber ich spüre hier auf dem nächsten Platz den Schrappsen wegen dem Schrappstil irgendwo oben einer ist grad am Pfosten hängen geblieben ich hab's gemerkt also warst du's ne ich weiß nicht ne ich weiß nicht ja wenn du's gemerkt hast ich sag dir so weißt du wir können ja zusammenhängen und grad bin ich irgendwo 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 dagegen gefahren wo aber nix war und noch mit voll überschlagen er grad nur wenn ich ganz dringend die Karre noch aufziehen muss alter ja nicht mit dem ja ich lass es trotzdem noch so ist schon ok ich.. 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 ist schon ok und die nächsten drei Zuschauern herzlich willkommen auf euch herzlich willkommen Schauerweinschlag freut mich der Beiseite wir wollen sie ist der Bauschie Fünfter L. Röhrer 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 Speedkarten Wolle gleich einsetzen hier ja direkt einbauen wenn schon was bekommen ich habe keine bekommen ja ich hab jetzt auch nicht wirklich was danke Herschel und der Nächste der Nächste Mikey Hi Mikey alter Fickschnitte das ist nicht so groß danke jawoll mein homofreund ihr seid echt homophoben Leute nein ja logisch logisch ich hab was klappt man ja du zieht die Unterwände an du du wenn du so ein Zeug besitzt ist das okay für mich ich meine es ist dein Style ja aber ja was ne also wenn ein Transformer drauf ist habe ich damit kein Problem Kollege aber sonst ich glaub ne Mike wie du sagst jetzt gern nochmal das wirst du bei mir nicht erleben ne schnauze halten denn es ist ja schreck ich hätte keine Sauer aus weil kein mit der Bericht mit dem Lande glaubst aber ja bei dem Lande naja bei dem Lande wir haben bleiben die Wahrheit ich habe die Ausfahrt verpasst die Beutelung Leute ich sehe verschwommen verschwommen immer weniger von dem Zeug die Führung stimmt nicht mehr da ist keine mehr der Alte bei der Wettbewerb eine der Chinesen also wenn die Schlitzung noch weiter zu gehen wieder gar nichts mehr die Stilie die Erachter aber meine Asiat-Leute meine Asiat-Leute ich kann nicht mehr fallen gegen den Scheiß da hast du du bist so bekloppt alter ich soll dir die letzten oh Mongo alter wenn du mich verschläfst alter 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 ja jawohl alles klar jetzt wollen sie das ich morgen verpennen achso damit sich das irgendwie ausgleichen dass ein Chef nicht so umfällt oder was klar kann man das schon auf jeden Fall schon länger könnte 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 eigentlich schon aus ist der Spieler und und seine grüß so die Arbeit bei mir ist kompletter Fehler aber ist okay ein Drecksbunker wir sind ähm ja ich sag dazu nichts mehr wir brauchen einen neuen Job ja und ich auch mehr ist auch schlimmer ich neue Job haben wollen Drecksverein ja komm beruhig dich mal jetzt nein Bunker Bunker Bunker? ja allein du bist derjenige der ich gerade mal voll abgedrängt hat alter ey der LMP der LMP oh alter stell dich vor wir haben es für 90 Euro gekauft wir haben es für 90 gekauft haben weil wir es drei Jahre vorher zocken wollten dann habe ich erstmal den Krimmel gekriegt im Konzept wirklich aus testen ja ich habe in dem in dem in dem aber es war gut gewesen nein du kleiner Drecksack das war hier der Bunker krack allein dafür lohnt sich 6 der zu sein um den ganzen trotz den der da wieder ablässt sich anhören zu können um die 50 Euro kostet alter alter ich war hier ein scheiß zusammenkrat ich kann nicht mehr ach da geht es ja wohl der scheiße ich sollte mal auf die Strecke achten ich kann gerade mehr fahren es geht nicht es geht nicht ich fahr den 1a Bullshit zusammen Leute ja und wieder runter ich fall andauernd jede Böschung runter was ist los gerade bei mir alter mal sehen wenn ich die nächste Böschung auch mit runter nehme habe ich hier den absoluten Fail Race oh ich werde gleich überrundet geil und wieder gecrashed jawoll also jetzt läuft es gerade an Alter das war doch jetzt so unnötig ey die ist also wie das manchmal spawnen ja ja bei grante äh äh ich hab dir einige Plätze abgenommen hahaha das erste was gemacht ist das erste mal konnten weil ich bin teilweise 1 bis 2 Sekunden schneller wie du Ich würde sagen, für heute ist der Stream damit erst mal beendet, Leute. Warum? Warum? Weil ich auch noch was am PC vorarbeiten muss wieder. Von meiner Seite, ich bin erst mal raus. Also, homie, homie, sagst du mal raus, ich bin noch drin. Ja, lasst mal ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sind regelmäßig on air. Regelmäßig mit was anderem. Und ja, demnächst bei mir noch Let's Blaze. Ja, und deswegen auch PC und noch ausarbeiten, weil da ist ein bisschen was mit Schnitt und Co. Was ich noch machen muss. 42.000 Euro. In diesem Sinne, ich verabschiede mich von euch, Leute. Danke an alle, die reingesehen haben. Bedanke ich mich recht herzlich und ja, ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ja, danke, homie. Schreibt, ciao, ciao. Mikrowelle. Macht doch, was ihr wollt. Oh, ich kann nicht mehr. Ich kann den Stream nicht mehr abbrechen. Geil. Alter, was ist denn jetzt hier los? Jetzt geht ja auch mal gerade gar nichts. Ah, ich...